So, ich fahre heute mit der Straßenbahn zu der Hochschule Mannheim, weil ich dort einen Termin habe, um dahin zu kommen, das Städtchen Nummer 1 am Hauptbahnhof Mannheim, Richtung Rheinau Bahnhof über die Hochschule. Das ist die Stelle, die ich aussteigen wollte. Und jetzt kommt der, das ist der Plan, jetzt kommt die Straßenbahn. Also ich werde die Straßenbahn bekommen und ich hoffe, dass niemand auf die Gesichter hierhin kommen soll, muss ich wieder das Video hier löschen. Wegen Datenschutz darf ich das hier. Und das ist der Bus Rheinau. Und das ist das hier, der kommt an, ich steige gleich ein. Bis dahin muss ich noch ein paar Sekunden warten und der bleibt und bleibt. Ah, das ist so, der bleibt hier. Ich mache die Tür auf, hier klopfen ich.